Hey ho Leute, ich bin wieder bei dieser Gamer und heute will ich euch zeigen, was dieses Spiel Randy Smith zu bedeuten hat. Ja! So, und zwar die ganze Geschichte seht ihr hier. Ich bin leiser. So, ja, das war auch dieser Kurzfilm. Und ja, ich habe jetzt nicht mehr die Free Version, die Demo, weil ich angezockt habe, sondern die Full. Da steht nicht mehr rum in der Ecke. Also die Free habe ich auch noch, kann ich euch nur zeigen. So, wartet. So, da steht dann in Free. So, da steht dann in Free. So, das steht dann in Free. So, und ja, ich habe jetzt auf der Galaxy 3 Mini. Und ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Und ja, dann auf der Seite bis zum nächsten Mal. Das alles auf meinem neuen Kanal. Schau! Schau, Leute. Äh, bitte abonnieren. Und ja, ich bin ein bisschen erkältet. Meine Nasen läuft extrem. Und ja, schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Wenn sie da ist, euer The Gamer spielt. Let's play. Tschau,